Sie sind hier, 26. November 2018, 15.05 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Luis Suárez vom FC Barcelona fällt vorerst aus Urheberrecht, geht die Images, der spanische Meister FC Barcelona muss einige Wochen auf seinen Torjäger Luis Suárez verzichten. Der Uruguayer laboriert an einer Verletzung am Knie, von Sportinformationsdienst.